Also, ich habe hier die Ehre mit Madeleine in der Marmereise zu sprechen. Das ist für dich das Drama oder ist das für dich so toll, wie du kannst? Das ist für dich, weil ich bin aus jedem Drama, da ist ein anbegehendes Drama. Ich bin immer hier, immer fast in der Motto, ich bin so, weil heute anstrahlen, am anderen Letzten, die Vera Witt. So, ich bin mal, ich bin hier. Ja, absolut. So, die Rolle, die das Sohn, warum? Das ist ja gar nicht so möglich, halb so gut wie er auszustehen. Das ist ja gar nicht so möglich, aber es ist ja gar nicht so möglich. Wie lange haben Sie das für einen Ausbild gebraucht? Ist das ja gar nicht wahr? Das war, das war interessant, hat es gelauert über eine Stunde. Ja, das war nicht wahr. Ja, aber es ist ja gar nicht mehr Ausbild gebraucht, alleine mit Haaren. Ja, die Haare haben mindestens eine Stunde alleine mit der Frau gebraucht. Und wie sind die Leute in die Idee gekommen? Genau, die ist so blau, als das ist passiert. Ich habe diese Leute bekommen, also ja, das ist ein Verspann, wenn wir für den heutigen Abend, wir sind ja ein bisschen strengen aus, wie die Lehrerinnen. Und ich kann doch noch sehen, ich habe keine Tür, aber ich habe keine Tür, aber ich habe keine Tür oder nicht. Doch, doch, ich gehe ab wie eine Sau. Wenn ich meine Party mache, dann so richtig. Du weißt schon. Słaht. Wie ... ... ... ... ... Vielen Dank.